Matthias, was sagst du zu den vielen Schnapsleichen hier immer? Zu den vielen Schnapsleichen? Hier wird gesoffen bis zum Umfallen. Erzähl uns mal was davon. Ich erzähle ja gar nichts davon. Das ist schon extrem. Also die Engländer und die Holländer trinken hier wirklich unheimlich viel. Und ja, werden auch recht ausfallen. Legen ihre Käsebämmen auf die Tische. Also wunderbar. Das beste Beispiel sitzt da drin, glaube ich. Ja, habe ich schon eingefilmt gehabt. Das waren Holländer. Und hier pünktlich zum Abendessen. Die Leute stehen Schlange. Und das wird zum Abendessen gehen können. Und wir trinken natürlich auch was. Weil anders kannst du das hier nicht einfach machen.